8 Tipps, wie du ganz einfach deine eigene Lampe aus Resin bauen kannst. Mein Tipp Nummer 1 für dich, mit einer Stiftehalterform kannst du einen tollen Lampensockel bauen. Besorg dir dazu eine Stiftehalter-Silikonform deiner Wahl und die dir gut gefällt und dann kann es auch schon losgehen. Mein Tipp Nummer 2 für dich, zaubere mit etwas Glitzer besondere Highlights. Vor allem, wenn du das Ganze zum Beispiel sehr dunkel auffüllen möchtest, kannst du mit dem Glitzer wirklich besondere Effekte reinzaubern. Dazu nimmst du dein Glitzer deiner Wahl, füllst etwas in die Form und verteilst es, indem du die Form einfach ein bisschen schüttelst und ein bisschen hin und her bewegst. Alternativ kannst du natürlich auch einen Pinsel hernehmen oder ein kleines Silikonwerkzeug und das Ganze in deiner Form verteilen. Achte aber darauf, dass der Boden, wo quasi die Stifte später reinkommen würden, frei bleibt und da kein Glitzer drauf kommt, denn hier kommen später die Platzhalter drauf. Mein Tipp Nummer 3 für dich, nutze Platzhalter, damit du später nicht bohren musst. Also ich habe mir hier so Silikonplatzhalter, die sind eigentlich dazu gedacht, um Teelichter selber zu gestalten aus größeren Formen. Und die habe ich jetzt aufeinander gedrückt, sage ich jetzt mal und einfach an dem Boden der Form festgedrückt und gieße nun alles auf. Mein Tipp Nummer 4 für dich, halte die Silikonplatzhalter gut fest beim Eingießen, damit diese sich nicht direkt ablösen. Eigentlich müssten die soweit festhalten, aber sicher, sicher und deswegen, ja, halte sie auf jeden Fall fest beim Eingießen. Mein Tipp Nummer 5 für dich, arbeite auf jeden Fall mit einem Epoxidharz, wofür die jeweilige Höhe geeignet ist, oder arbeite in Schichten. Und wenn du vorher auch Glitzer in die Form gestreut hast, dann fallen die Zwischenschichten gar nicht so arg auf. Mein Tipp Nummer 6 für dich, lasse dein Epoxidharz gut aushärten, bevor du das Ganze ausformst. So, dass wirklich keine weichen Stellen mehr da sind, gerade bei Epoxidharzen, die zum Beispiel für 5 oder für 10 cm sind, die brauchen einfach ein bisschen länger, bis sie voll durchgehärtet sind. Und die Zeit musst du deinem Projekt einfach geben, damit du auch erfolgreich nachher deine Lampe basteln kannst. Ihr seht, der erste Platzhalter hat sich schon gelöst. Da ist jetzt ein bisschen Harz dazwischen gelaufen, das ist aber gar nicht schlimm. Und genau, ich kämpfe hier noch ein bisschen mit dem Ausformen, solche 3D-Formen, da muss man schon ein bisschen ziehen und so. Ich glaube, das ist ganz gut geworden. Ich habe auch das Glitzer, das seht ihr jetzt hier, nicht bis ganz zum Rand hoch gemacht. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich mag das gern, wenn quasi in Skull nach unten hin noch eher schwarz wirkt. Jetzt war ich super gespannt, ob das Ganze auch funktioniert hat. Denn in der Theorie klappen viele Dinge, die in der Praxis nachher nicht so gut funktionieren. Und jetzt ziehe ich quasi das Inlay raus. Die Platzhalter sind noch drin. Und ja, ich habe jetzt erstmal die Form kurz umgedreht und war mir im Moment nicht sicher, ob ich die rauskriege. Aber das hat dann ganz gut funktioniert. Und habe das andere einfach durchgedrückt. Und ja, wie ihr seht, hat es prima funktioniert. Und so müsst ihr quasi nicht noch nachbohren. Mein Tipp Nummer 7 für dich. Entgrade alle scharfen Kanten auf der Unterseite. Denn da kommen ja nachher die Kabel durch und die sollen ja nicht eingeschnitten werden. Denn solche Epoxidharzkanten können ganz schön scharf sein. Und deswegen einfach nochmal vorsichtig drüber fahren und dann mit dem Entgrader entlang gehen. Ich habe mir, bevor ich das Projekt gestartet habe, eine Lampenfassung gekauft. Und ziehe das Kabel jetzt einmal komplett durch. Und ja, stecke das jetzt oben rein. Das ist natürlich noch ein bisschen wackelig. Aber das Ganze fixiere ich jetzt einfach dann mit UV-Harz. Und habe mir dann auch noch eine sehr, sehr coole Glühbirne dazu gekauft. Die hat so einen grauen Silberschimmer und leuchtet eher so warmgelb. Und ich finde, das hat so was, ja, nostalgisches. Mein Tipp Nummer 8 für dich. Befestige die Lampenfassung einfach mit etwas UV-Harz. Dazu suchst du dir am besten die Stellen aus, die guten Kontakt haben. Und härtest das Ganze mit deinem UV-Licht aus. Das habe ich natürlich ein bisschen zusammengeschnitten. Das geht natürlich immer deutlich länger. Jetzt habe ich das Ganze auf der Rückseite auch nochmal fixiert. Und es reicht tatsächlich schon aus. Also, ihr könnt es natürlich auch mit mehr UV-Harz machen. Ich finde immer, es reicht so, dass es so, ja, es mag das Minimale, sagen wir mal, so, dass es aushebt. Dann kommt noch die Glühbirne rein. Und ich habe natürlich wieder ein Bild für euch. Und ich bin mega gespannt, wie es euch gefällt. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann bin ich super happy, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Oder einen Kommentar oder einen Daumen hoch. Und nächste Woche Samstag sehen wir uns wieder mit einem neuen und spannenden Thema. Bis zum nächsten Mal.